Hallo, ich bin Christopher. Ich bin Physiotherapeut hier im ambulanten Gesundheitszentrum in Leipzig und betreue schon jahrelang die Kathleen. In der Physiotherapie, in der Neurologie habe ich verschiedene Patienten mit Querschnitten, die ich betreue und mit dem Reebok-System habe ich ein tolles System kennengelernt, was Menschen extrem helfen kann, ihre Lebensqualität zu verbessern. Ein tolles System, von dem ich überzeugt bin. Ja, die Vorteile von dem Reebok-System, einfach mit dem Patienten, mit den Menschen auf Augenhöhe sprechen zu können, mal durch den Park spazieren gehen können und nicht dabei im Rollstuhl zu sitzen, sind glaube ich schon die größten Vorteile. Natürlich aber auch das Training des Herz-Kreislauf-Systems, was ja auch gerade wichtig ist. Reebok hat ab dem ersten Tag durch ihr Auftreten überzeugt. Die Zusammenarbeit war und ist wirklich super. Das heißt, sie begann mit Schulungen, den Gebrauch mit dem System, aber letztendlich auch während des Trainings ein super Support zwischendurch. Die Absprachen mit den Therapeuten von Reebok und das ganze drum herum ist wirklich super. Kathleen und ich sehen uns zweimal die Woche zur Therapie und auch Reebok soll dort eine Rolle bei spielen, denn durch das dreimonatige Training haben wir sehr gute Erfolge erzielen können und auch dort ist letztendlich auch das Reebok-System eine wesentliche Rolle. Und das wollen wir auch gerne in der Zukunft weiter so integrieren in die Therapie. Mit Kathleen als erste Probandin sozusagen im System hatten wir wirklich sehr, sehr viel Spaß und ja, ist für uns ja auch irgendwie eine Bereicherung, diese Therapie und Menschen beim Training begleiten zu dürfen. Wir halten schon die Augen und Ohren offen, ob es potenziell andere Menschen gibt, die sich für das System eignen, aber auch dort wird die Zusammenarbeit mit Reebok weiter gut funktionieren, dass möglichst, wenn sich jemand findet, ja Menschen auf uns zukommen können und dass wir dann ins gemeinsame Training gehen.